Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Dynamo Dresden, 3. Liga 2023-2024, 1. Spieltag, Dynamo Dresden gegen Amina Bielefeld, Ergebnis 3 zu 1. Startelf, Dynamo Dresden, 3. Kamerkanricht, Elias, Levald, Park, Will, Zimerschied, Zimerschied, Hauptmann, Prokowiski, Kuschke, Heisenach, Startelf von Amina Bielefeld, Kuschke, Kachkeskin, Kirchskin, Oskan, Golke, Belkahia, Lannacht, Schrik, Mitsuruta, Biancati, Schobinski, Klos, Fili Triem. Das war's von Dynamo Dresden gegen Amina Bielefeld, Uhrzeit 23.29 Uhr.